In diesem Film lernen Sie, wie Sie im Folienmaster die Formate für Titel- und Aufzählungsplatzhalter anpassen. Zunächst ändern Sie das Format des Folientitels. Er soll in schwarzer statt roter Schrift erscheinen. So geht's. Wechseln Sie zum Folienmaster. Achtung! PowerPoint bringt Sie immer zu dem Layoutmaster, der für den Folientyp zuständig ist, von dem aus Sie in die Masteransicht gewechselt sind. Wenn Sie tatsächlich nur die Folientitel dieses Layouttyps anpassen möchten, sind Sie im richtigen Stockwerk angekommen. Sollen die Änderungen jedoch alle Folientitel aller Folienlayouts betreffen, müssen Sie bis in die oberste Etage fahren, zum Hauptfolienmaster. Klicken Sie mit der rechten Maustaste mitten in den Text des Titelplatzhalters und wählen Sie das gewünschte Format. Folie 1 enthält eine Aufzählung. Nehmen wir an, Sie möchten für alle Folien mit Aufzählungsplatzhaltern die Aufzählungszeichen der ersten Gliederungsebene ändern, weil Ihnen der langweilige Punkt vor 1., 2., 3. und 4. nicht gefällt. So geht's. Wechseln Sie wieder in den Folienmaster. Zum zweiten Mal Achtung! Die Änderung soll alle Aufzählungsplatzhalter aller Folienlayouts betreffen. Also wählen Sie auch hier wieder den Hauptfolienmaster. Klicken Sie im Aufzählungsplatzhalter mit der rechten Maustaste in den Text der ersten Gliederungsebene. Öffnen Sie die Liste der Aufzählungszeichen und wählen Sie die gewünschte Variante. In der Normalansicht überprüfen Sie das Ergebnis. Wie Sie sehen, hat PowerPoint alle vier Aufzählungszeichen angepasst. Machen Sie die Probe aufs Exempel und fügen Sie eine neue Folie ein. Voila!